Servus Leute und willkommen zurück zu Victor Frann. Wir machen da im Roy Garden, sind wir gerade noch unterwegs. Und machen da ein bisschen Unterring-Aktion. Hey, 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 Junge. Das war jetzt schlecht, wo ist der? Arsch. Ist er jetzt tot? Boah, okay. Nur mal den Werfer weg. Danke. Das war ein bisschen zu heftig. Ah, man kann gar nicht so schnell. Perfekt. Den auch noch umbracht. Ich werde es wahrscheinlich jetzt gleich wieder fast Level Upgrade geben. Da sind noch ein paar Gegner. Und irgendwo auch noch so ein Feuer. Na, einmal steht es noch auf. Jetzt aber nicht mehr. So, aber hier. Hey, you used to heal. You used to heal. Ich würde sagen, wir machen aber trotzdem im ganzen Garten noch leer. Das sind ja nur mit den zwei kleinen Gruppen. Da oben ist noch eine und dann... Gehen wir beim Hauptausgang. Ich weiß nicht, ob das nicht noch tiefer hinunter geht. Bin ich mir gar nicht sicher. Weil es gibt ja das... Ah, Blödsinn. Der hat ja zweimal. Es gibt da so... Es gibt da so einen Hauptausgang. Und dann kommt... No, er wollte mich jetzt am Arsch gehen. Wollte wiederkommen. 58 Schaden erlitten. Halt nett die Welt. Es gibt hier einen Hauptausgang. Aber schauen wir nochmal. Wir haben jetzt aber alles eigentlich absolviert. Wir haben die 5 Sterne. Von den 100 irgendwas, was es gibt, glaube ich, in der Earl XS. So, wie ich das gesehen habe. Eigentlich könnten wir, wenn wir wollen, würden... das ist auch ein gegner drei geheimnisse finden erwägt gegen einen gegner wachen blablabla ja natürlich gehe ich dich hinein das andere haben wir ja schon abgeschlossen falsche falsche brauche man nicht mit der immer kämpfen mal schauen wie es da jetzt vorangeht die brauchen schon ein bisschen mehr und die kommen wieder ok das leben scheiße ich habe 120 sekunden zeit da muss ich mich spielen so muss ich irgendwelche ja scheiße die bombe hätte ich jetzt nicht den muss ich da irgendwann erwachen oder was ok mit dem geht es eigentlich halbwegs da hinten wir auch noch einer zum erwachen gewesen glaube ich so wie komme ich jetzt weiter komme ich da runter scheiße das muss schneller gehen 100 102 minuten zeit ok für das die spielerinnen spielereien habe ich mit der waffe keine zeit ist der wiederkommen oder was aber der kommt da wieder so jetzt müssen wir da gleich einmal so da hauen wir mal rein ein bisschen ok den einen mit dem single bla bla haben wir getötet ich glaube das waren alle bis auf der eine da noch so schön gemacht ein bisschen was einsammeln noch was da so herum liegt und dann geht es gleich weiter wir haben nämlich einen stress den werden wir gleich einmal erwägen dass da ein bisschen was weiter geht kommst du noch einmal noch einmal dann wenn du mit dem kredist irgendein schild oder ein zauber haben eingesammelt ich habe für das ganze keine zeit jetzt mal anschauen so von der seite bin ich gekommen dann gehen wir mal in die seite entlang mal geheilt ja 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 du bist doch ein hammer ich weiß es ich habe es gesehen aber du brauchst da nicht so gemein herhauen und mich komplett hin machen so wir werden wieder einmal wechsel machen und einen hilf bot einsetzen geh scheiße da bist du viel zu langsam jetzt wird aber kritisch wenn wir nicht gleich da ich muss hinrennen und dann so jetzt aber den irgendwie kriegt noch so so erwachen wieder weg weg komm scheiße bist du wahnsinnig ich hätte jetzt nicht glaube ich muss wenn der den haut weg rennen oder nur mit der attacke hin machen das sollte mit dem ja halbwegs möglich sein ja geh hupf in garst du depper der hund so wo geht er hin so waffe wechseln wo ist er das gibt es ja nicht was ist denn das für dummes fisch na falsche richter so jetzt haben wir den irgendwie umgebracht noch schnell jetzt brauchen wir schon mehr heiltränke als im ersten level muss ich ehrlich sagen die sind um einige stärker geworden ich habe jetzt irgendwie schnell die waffe wechselt weil ich mir gedacht habe vielleicht gehts das ist 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 ganz klar aber ich glaube das das Spiel spricht für sich so wir werden wir gehen außen rund mal das ist ja schon wieder so ein ich muss unbedingt die kleinen Fichter umbringen weil sonst wird es ein bisschen mühsam und jetzt folgst du so na wieso magst du na jetzt habe ich es noch aktiviert auch noch komm bleib da hängen ich habe keine Zeit für dich nein er hat das geblockt wie du gerade die Angriffe gelockt das boxt nicht boah 5 und 7 der hammer gefällt mir immer besser das ist halt nur ein hit was du machen musst irgendeine karte freigeschalten oder bekommen natürlich müsste ich alles umhin niederhacken auch aber so war ich fast die Zeit nicht aber ich war immer der baller die näher halt der stark aushält und viel drauf schlägt ja genau wo ist er ja genau lass mich doch in Ruhe lasst es mich in Ruhe lasst es mich in Ruhe das habe ich jetzt einfach die Bombe eingesetzt habe ich mir gedacht wurscht gut einmal was weg ach so da ist noch einer bist du tempered wo ist das Viech jetzt sie ist da hinten wieder hau den anderen so bist du wahnsinn das ist so heftig teilweise ich komme gar nicht zum reden so jetzt haben wir das wieder wir haben einen Haufen Gegenstände auch bekommen wir werden da mal kurz schauen Next Level was haben wir denn wir haben Ambrosia restore 100% health und refresh all cooldowns Leech Bomb inflect und 200 damage to all enemies 7 Meter gain health based und a number of killed enemies ist auch nicht schlecht und Lifestyle ich würde die Bombe wieder nehmen natürlich Level Up so jetzt haben wir da ein bisschen mehr Gegner ok kurz einmal da die zwei Feuerheinis da werden wir so hin machen man kann eigentlich den auch schauen ok solange da ist noch so ein dummer Feuerheini da ist noch so ein dummer Feuerheini da ist noch so ein dummer Feuerheini und Slash nein er haut es in die falsche Richtung das ist das einzige was mich ein bisschen nervt bei dem Hammerangriff das du nicht nachträglich noch einmal wechseln kannst und da unten ist der haut mich wieder weg das ist gar nicht so einfach drüben haben wir ein Checkpoint Double Damage Double Damage ich habe mir jetzt gedacht mit Double Damage geht das hoch so schnell weiter wir schauen aber kurz einmal ins Inventory nein nicht ins Inventory Map Challenge wir haben dann noch die drei Sequeds müssen wir noch finden ok fünf zwei noch erwachen und dann Slay Monsters die 50 Monster haben wir nicht getötet halt wir müssen nochmal irgendwann den Dungeon machen auf jeden Fall so wir werden den jetzt noch machen den einen da der geht jetzt sehr schnell mit dem Double Damage aber wir sind für heute am Ende des Partes wir werden uns jetzt noch ganz kurz anschauen was wir so alles an Gegenständen schon hätten die vielleicht besser sind als unsere derzeitigen wir haben hier ein Schwert 21 bis 36 200 fachen Angriffsgeschwindigkeit glaube ich 20 bis 46 ist auch nicht viel besser 73 bis 95 wir haben nicht wirklich so viel was besseres gefunden als was wir schon haben finde ich ein bisschen schade aber es gibt mehr oder viele Waffen so wie ich das mitbekommen habe jetzt da haben wir die Tränke da hätten wir jetzt Boomerang und Boomerang Uncome ok mit größerer Reichweite auch nicht schlecht vielleicht was haben wir da noch die können wir auf jeden Fall ausrüsten Equip zweimal plus Damage und das ist die Rüstung wir sind für heute am Ende mit Victor of Fun ich werde jetzt die Aufnahme auch beenden ich hoffe das speichert man und ich kann da beim nächsten Mal direkt hier weitermachen ich finde das Spiel eigentlich ziemlich geil mit dem Hack and Slay Modus noch spannender als Diablo Diablo ist es immer kleine Gruppen oder manchmal große Gruppen dann campst du halt ein bisschen und fertig aber da geht es viel mehr mit Action herum finde ich ich bin gespannt was ihr davon haltet der kleine Einblick war mal da ich bin gespannt wie das Spiel ankommt und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wenn das Spiel gut ankommt wenn nicht war es jetzt mal ein kleiner Einblick und dann spielen wir ein bisschen im Livestream weiter was ich mir auch gut vorstellen könnte bei dem Spiel bis zum nächsten Mal bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann